Klingt ja fast so, als würde er wissen, dass er stirbt. Hab' ich überhaupt Freunde? Die Frage ist gut. Hab' ich überhaupt Freunde? Das sind so viele Pligees drin, die fassen schon wieder rassistisch Sinn. Aber ich kann's nicht als Rassismus sehen. Jaaaa! Bring' mir was bei, Tom! Ja, ich will. Okay! You're lucky, ne! Come on! Music start! I gotta give up! Uh, 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 the fucking river! First, I'll teach step. I'll see you very well. Step, step, and kick. Very easy! First, I'll try step. Okay! Nice step! Next, two step, kick. Okay! Nice step! Next, two step, kick. Okay! Very good! Good! First, it's a good feeling, ne! Very good, Ryo, ne! Thank you, Tom! No, no, no! This is the first place, ne! Eh? Two step, first and second kick! I gotta give up,コ Yeah, I'll take the G8. And so, yeah. We should do it again, okay? See the last leg, yeah? Yeah, I'll give up. The second kick! Oh, oh! Das wollte die ganze Zeit von mir. Okay, okay. Tolle Tunes, tolle Technik. Ja gerne, weil ich glaube, den habe ich noch nicht so ganz drauf. Nicht, dass ich irgendeinen richtig drauf hätte. Nicht, Tomu, alles gut du. Nichts, ich bin okay. Okay, ich habe es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Danke, Tomu. Wie war das? Okay, ich habe es gut gemacht. Ah, ich habe es nicht gesagt, dass ich noch nicht gesagt habe. Es tut mir leid. Das ist so schnell? Das ist nicht so schnell! Das ist ein langes Zeitpunkt! Tom... Ryo, Ryo ist für einen Weg zu gehen. Ich... Ich glaube, Ryo ist ein Vater mit dem Ryo. Ah... Ich glaube... ... Ich bin der Meinung. Nein! Ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung. Leute, da macht man echt nicht so einen Profist. Und morgen liegt er mit Magenverstimmung im Bett. Und jetzt prügeln wir uns mit Jenson. Unserem Bodyguard. Oder so. Und dann haben wir nochmal ein Quick-Time-Event. Und dann kommt der End-Boss-Fight. Dann haben wir das Spiel geschafft. Oh, mit dem prügeln wir uns jetzt. Oder nee? Mit wem? Nee, wir prügeln uns jetzt schon mit dem Sohn von Shen. Der, der uns diese geile Technik beigebracht hat, die ich nicht anwenden kann. Also, wir warten hier. Wie ist es hier? Als wir die Arbeit haben, dann müssen wir hier gehen. Hm? Ich bin hier. Sorry, buddy. Also, ich bin hier. Was ist das, Hatsuki? Und das im Anzug. Der Typ hat echt Schneid. Was ist das? Wenn du dich verletzt, dann wird der Typ. Du glaubst, wie ein Tschin-Pierer? Du bist, wenn du dich verletzt hast. In deinem Lösungsheft steht, wir sind übrigens beide gleich gut. Ich habe das Gefühl, er steckt mehr ein als er. Kommt schon, Jungs. Quick time. Ich glaube, die beiden haben gerade Spaß. Was ist hier? Ich bin dann auch drumherren, wenn man die 5 auf die Glanke hat. Ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz fertig, genau. Du bist hier boumpli, Jungs! Ich bin ganz klar! Untertitel carbide! Kommt jetzt das Quicktime? Oh man, ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich weiß bei dem Spiel nie, wann Quicktime kommt. Verdammt, ich hab's verkackt. Ich wusste es. Aber gut, Quicktime-Event. Wir dürfen nochmal. Ich hasse es. Es ist echt schon 0 Uhr? Aber schön inszenierter Kampf, muss man sagen. Muss ich dem Spiel echt lassen. Es war wirklich gerade eine schön inszenierte Kampfszene und sehr schön. Ja. Muss ich jetzt noch ein Quicktime? Endboss-Fight mit gutem Best-Buddy. Ja, ich weiß nicht, wenn du dich in der Welt bist. Ja, ich weiß nicht. Oder doch, äh, doch nochmal Quicktime. Oh Leute, bitte tut mir das nicht an. Oh, die New Yorker-Gang. Die Gange. Das ist doch selbst nicht besser. Das ist doch selbst nicht besser. Das ist nicht. Oh, dieses hässliche Gelache. Will da noch jemand? Jo. Wie er eiskalt auf den Typen draufgetreten ist. Einfach nur herrlich. Huh, das war glaube ich gerade der Tornado. Oh, das war so. Geheim! Was ist das? Echt jetzt? Ihr bamst eure eigenen Leute weg! Hat das auch mal aus? Ich werde alles mit dir machen, oder? Ich werde es nicht mehr, oder? Ich werde es nicht mehr so machen. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Buddy, du kannst mir gerne helfen, ich habe nicht mehr hohe Energieleiste. Bordi? Hat es Spaß gemacht, da hinten zu stehen und zuzugucken, wie ich verprügelt werde? Oh Mann, jetzt darf ich alles nochmal machen? Alter, jetzt werft ihr mir echt noch... Die Erich ist gerade ein bisschen angepasst beim Spiel. So schön es auch ist an manchen Bogen. Vielleicht ist auch die Story richtig geil. Gehen wir weiter? Oder warten wir hier? Bist du fertig? Bist du fertig? Bist du auf einmal? Wir machen die abounds. Echt? Der Bean nach vorne? Das O5 ist ein kleiner gagnier. Hast du mich gerade selber getreten? Es ist halt auch blöd, diese Ausrichtung von wegen, wenn der Charakter kämpft. Ich habe halt keine richtige Ausrichtung, wohin ich kriege. Ich kann den Fokus nicht wechseln. Ach so, spielen wir das Spiel, Junge! Danke! Danke! Das ist eine große Waffe! Das war's für heute. Echt jetzt? Die treten auf ihre eigenen Leute rum. Never Ending Fight oder so. Jetzt kommt noch diese Schwulette. Dieser NYC-Ape-Typ. Wo ist mein Buddy? Ja! Ja! Ey, wo ist denn wieder mein Buddy hin? Lässt der mich jetzt echt alleine mit denen? Buddy, ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Aua! Das war sicher ein Armbruch. Oh Mann, Buddy! Ohne Scheiß, ich will den Spaß nicht nochmal machen. Was ist das? Nach die Mentors! Nach die Mentors! Wo warst denn du? Wo warst denn du? Wo warst denn du? Aua! Das dürfen wir nochmal machen, ja? Aber bitte ohne Kampf! Ja, danke! Puh! Du bist mit dem Kampf ausgesehen. Wir machen uns jetzt nur kanz למנ. Und dann, den Kampf ausgesehen wird. Und dann, den Kampf ausgesehen. Der ist mit dem Kampf ausgesehen. Nein! Zu bauten, wo ist der Kampf ausgesehen? Also, seine Haltung spricht nicht sehr dafür, dass er vom Kampfsport Ahnung hat. So, große Fresse, nichts dahinter. Where are you? I'm going to take a look at you too. Answer! That poor man has been sent to the ship. What? It's a shame. If you don't want to take a look at you, I'll take a look at you. I'm sorry. Sisha is Sisha. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich mit Lann-Teil verabschiedet habe. Kannst du noch nachdenken? Ich werde es nicht verletzen. Aber wie soll es das? Ich werde mit meinem Vater sprechen. Hm? Ich werde mit meinem Vater verabschieden. Ich werde es mit meinem Vater verabschieden. Herr Schauch, bitte kommen Sie später. Das ist gut. Herr Schauch! Was? Danke. Ich bin dum. Das ist meine Rede. es gibt nur noch einen einzigen kampf nur noch einen einzigen alter schwede dann haben wir es durch ich wollte speichern habe terry besiegt aber dann die ist nach hongkong zurück aber mein job verloren ach komm da kannst du noch fünf millionen andere sachen erleben rio rio Ich habe mich nicht mehr als ich. Ich bin nicht mehr von Ihnen. 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 Oh, Fuku. Ich bin immer wieder zurück. Und da ist Inissa. Die sich eigentlich gewünscht hätte, er würde bleiben. Aber Reisende soll man nicht aufhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh, oh. Bein, Bein, Bein. So, das war die Stadt, in der wir jetzt gespielt haben in Shenmue 1. Und eigentlich so, wie ich es mir wirklich gedacht habe. Shenmue 1 wird sich wohl alles um den Beginn drehen. Shenmue 2 ist dann eher so in Hongkong. Weil das war ja dann das Ziel, nach Hongkong zu kommen. Auch wenn Spacing meiner Meinung nach nicht so wirklich gepasst hat. Steuerung ist ein bisschen kacke. Was würde ich anderes sagen? Vielleicht, weil ich nicht so der Oberpro-Gamer bin oder sonstiges. Und weil ich beim Kämpfen nur Button-Mashing betreibe. Und eigentlich zu Gott bete, dass ich gewinne. Ja. Ist ein solides Game. Dafür, dass es auch schon älter ist. Ist ein solides Game. Und da meine Fragen nicht beantwortet sind, ist das echt clever gemacht. Denn ich möchte eigentlich Teil 2 spielen. Aber naja. Abgestimmt wurde für Persona 4 Golden. Also spielen wir Persona 4 Golden als nächstes. Dann warten wir mal ab, wie wir gegen Chat abschneiden. Unseren klatzköpfigen Gollum. Ich glaube, das war der. Es wird unser finaler Endkampf. Oder gibt es noch einen Quick-Time? Ne, der heißt Chai und nicht Chat. Komm schon auf Chat? Ich lerne jetzt noch einen einzigen Move. Auf einmal. Ich lerne jetzt noch mal. Was? Äh, bester Buddy kommt mit! Ja? Ich lerne jetzt noch mal. Das war's. Ich hab einen Schritt nach hinten gemacht, ich hab die Farm gemeistert. Und dann muss ich machen, ich habe den Kumpel. Mach auf, mit dir tun! Kumpel zur Arm sind nicht in dem Arm. Untertitung des ZDF für funk, 2017 Hä? Es muss die Kreistaste sein. Da fehlt es mir an Kraft. Wenn ich das mache, nehme ich zu viel Kraft. Das ist eine große Kraft. Ja bitte. Ich bitte. Wir beginnen. E.O. E.T.E.L. 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 Also, ich mache es. Ich habe keine Kraft, nicht mehr. Ich habe keine Kraft, nicht mehr. mit dem ich kann er heilt mit einer skala heiliger so mit dem ich kann er heilt reiz aber wenn er wenigstens nicht die selbe senkreu mal aufhörde Nein, ich habe keine Kraft, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, wenn ich mich über die Wahrheit erzähle. Was soll ich noch einmal erzählen? Warte, warte, warte. Was? Ich habe doch gar nichts gedrückt. PS4 Jetzt geh mir mal nicht auf den Sack, bitte! Kampftechniken Ich bin sogar zu blöd, das zu schreiben. Muss ich das mal vorstellen. Ich bin zu blöd, das Wort Kampftechniken zu schreiben. Bring besseres Kampfsystem, ich lach gleich mal. Also Shenmue 3 soll ein besseres bringen, das hoffe ich ja mal. Immerhin wurde das mit 7 Millionen, äh, ja, von den Leuten... Ey, ich versteh echt nicht, was die grad von mir wollen. Oh Mann! Techniken... PS4... Versuchen wir's mal so... Natürlich gibt's doch überhaupt nichts. Nichts. Und wenn dann nur als Video... Möp! 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 Also er sagt doch, ich muss... ...nach hinten gehen. Nen Schritt. Aber vielleicht ist es doch die Handtechnik, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Möp! Möp! Das kann jetzt Stunden dauern. Möp! Möp! Das ist doch nur Ausweichen! Vielleicht doch, Fußtechnik? Nee. Muss ja was mit Namen zu tun haben. Möp! 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 Tja, das ist doch kein Lachsen. Der sagt die ganze Zeit, du hast keine Kraft in den Armen, ey! Alter! Wartet. Ich glaube, ohne dass ich hier sehe, was ich drücken soll, kannst du es knicken. Und es zeigt... Hier an der Lösung steht es auch nicht, das steht halt nur... Joa... Ist halt so. Wird der vielleicht schon, dass ich den ganzen Scheiß mache? Ja, jetzt halt mal die Klappe! Nein! Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Dann gehen wir weiter. Und hier schon wieder so an. Nee. Was steht denn hier drinnen? Oh, hier müsst ihr den neuen Move rückwärts... Danach... Und hier geht es weiter. Und hier geht es weiter. Und hier geht es weiter. Ja, ich bin hier. Im Prinzip reagiert er nicht auf das Plus. Eins, zwei. Und ich drück schon gleichzeitig. Ah, ich krieg die Kursorte im Drang. Ich bin jetzt zu hartnäckig, um zu sagen, ich lass es. Diese Schritte sind unnötig. Alter, ich ging die ganze Zeit vom Ausweichen aus. Also, ich kriege den Kurs. Okay, das ist gut. Aber die Spurzelnung hat sich immer wieder zu müssen. Ich habe die Behandlung in der Hand. Die Behandlung ist wirklich anstrengend. Äh? Es ist notwendig, wenn man sich in eine kurze Zeit braucht. Du bist so bereit. Entschuldigung. Es beginnt. Ich bin auf der Seite. Es gibt viel力 in den Arm. Es gibt viel力 in den Arm. Es gibt viel力. Es gibt viel力 in den Arm. Vielen Dank. Ja, bitte erkläre noch mal. Ja, bitte. 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 Ja, bitte.